Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Rezessionsvideo von mir. After Love von Anathot ist erschienen bei Random House Audio und hat eine Gesamtspiellänge von ca. 28 Stunden und 10 Minuten. Gerade als Tessa die wichtigste Entscheidung ihres Lebens getroffen hat, ändert sich alles. Ein Familiengeheimnis schlägt mit solcher Wucht in ihrem Leben ein, dass alles in den Zwangsen gerät. Hardin tobt, als er erfährt, dass sie ihm etwas verheimlicht hat. Er schlägt um sich, anstatt ihr zu vertrauen, und der Kreislauf aus Eifersucht, Zorn und Verschmelzung wird immer zerstörerischer. Noch nie hatte Tessa so intensive Gefühle, war so berauscht von einem Menschen. Aber reicht die Liebe allein aus, damit sie es schaffen, oder ist es das Ende? Hardin und Tessa wissen eines genau, und zwar, dass sie ohne den anderen nicht leben können. Doch trotzdem streiten sie sich ziemlich oft. In diesem Band werden beide mit ziemlich schlimmen Dingen konfrontiert, die eigentlich ihre schlimmsten Erwartungen übersteigen. Und das hat die Autorin ziemlich gut hinbekommen. An manchen Stellen hatte ich schon teilweise meine Vorahnung, und als ich dann wirklich die Wahrheit bestätigte, fand ich es teilweise schockierend, allerdings im positiven Sinne. Anna Todd schafft es, den Leser zu begleiten und ihn zu überzeugen, diese Reihen zu lieben. Mit den Protagonisten zu fühlen, egal ob es die Höhen oder die Tiefen sind. Doch auch hier nehmen die Streitereien eine Oberhand, was ich persönlich nicht so gut finde. Dass ich es einfach nur zu viel finde. Trotzdem hat mir dieses Buch eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Trotzdem hat mir das Buch eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut gefallen.